Hier ist der Dialog zwischen der Orpherrschall und der Mönch, die sollte die Tür der Gruft der Kapuzinenkirche an der Erdigung und der Sarg des verstorbenen Lassenkaisers, dass es innerhalb der Gruft begraben wird. Mönch. Wer? Offmarschall, Franz Josef von Amtsburg-Lothringen, Kaiser von Österreich, König von Ungarn, König von Bohemen, Dalmatien, Kroatien und Slavonien. Wir folgen Sie alle 47 Titel des Herrschers. Mönch. Weiß es nicht, ohne nicht die Tür öffnen. Mönch. Wer? Offmarschall. Franz Josef, König und Kaiser. Ich weiß es nicht, ohne nicht die Tür öffnen. Mönch. Mönch. Offmarschall. Mönch. Einer, der Fontänen innerhalb der Krypte für den letzten Abschnitt. Untertitelung des ZDF, 2020